Ja, und auch in dieser Episode sehen wir den Sieg von Ganondorf, dem lieben Wulkart. Willkommen zurück zu Couch, Nub! Am wenigsten Prozent Damage machen. Nein, eigentlich eh. Aber die Hälfte von dir. Halt. Oida. Ich hab urviel Schaden gemacht. Ich war grad der Mega King. Das war jetzt voll der Cliffhanger, wenn man das weiß, was man davor gemacht hat. Was? Marth, Jigglypuff, oder Mewtwo? Ich nehm jetzt, ich nehm jetzt, ich will Samus spielen. Captain Falcon. Wie macht man Falcon Punch? Ist das eben zu spät? Ich weiß es nicht, aber ich weiß bei Samus, wie ich den Laser mach. Das reicht. Oh, du bist ein, du bist ein Heisel. Ich hasse dich. Start. Jetzt möchte ich eine Map auswählen. Ja. Wow. Also du hast wirklich alle verschiedenen Maps von irgendwelchen Spielen. Ja. So geil. Komplett durchgewürfelt. Ich bin begeistert. Wir spielen übrigens Super Smash Brothers Crusade. Falls du noch niemand bemerkst. Das selbe Spielmüll. Liegere Beschreibung. Wen hab ich jetzt nochmal gewählt? Ah voll. Was? Was? Bam! Oh, he Falcon Punches. Ding. Oh, oh. 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 Fick, Fick, Fick! Bama! Nein! Du! Du! Pin! 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 Pinnen! Shit! Shit! Hör auf diesen Scheiß zu machen da drüben! Du kleiner! Du kleiner! Bastard! Kriegst gleich einen Falcon Punch in die Fresse! Oder ich flieg in die Lava! Hör auf mit dem Scheiß! Hör auf mit dem Scheiß! Du feiges kleines Ar... Was geht? Was ist denn? Keiner ist im Mund gegen Samo! Du bist so... Alter, was soll denn das, bitte? Was soll denn das, bitte? Was ist das? Ohne Scheiß! Was ist das? Was ist das? Du drückst die ganze Zeit nur B! Was ist das? Jetzt müssen wir uns einmal bewegen! Was ist das? Bist du schon tot? Ja! Du hast erst 131% und 3 Life! Warte, ich muss... Ich hab wieder ein Life! Jetzt bin ich weg! Oh, ich war doch noch drinnen! Wieso geht der durch? Oh! Ja, das ist easy Samus, sag ich einmal! Easy Samus, ja! Mich am Arsch! Das ist echt cool! Oh! Oh! Ich bin genau auf der Seite für... Oh! Was ist das? Was ist das? Komm her, Bro! Komm her, Bro! Komm her! Komm her! Oh! Was? Was? Oh! Der Fö... Was? Was? Er tötet sich ja selber schon durch die Lava! Ist das dein Ernst? Oh, jetzt spiel einmal gescheit und hör auf mit dem scheiß Energie Ding! Oh! Oh! Wenn man gescheit spielt, kriegen wir auf einmal aufs Maul! Ja, das ist richtig. Ich nehm jetzt mal dieses Zelda-Herz, weil ich nicht weiß, wie das geht. Ah, ich hab es, ich hab es. Das hättest du nicht machen sollen, weil das reduziert deine... Okay. Urlame. Also, wirklich, wirklich, wirklich lame. Also, diese ultimative Fähigkeit war der Hammer. Schau, wieviel Prozent geben. Weiter. Schau, der Micha an vier... Also, Samos Broken ist jetzt, äh, wenn wir spielen. Samos Broken. Samos ist Broken. Waluigi ist... Sie ist zu stark. Sie ist jetzt aus dem Game. Oh mein Gott, weißt du, wer das ist? Ich spiel jetzt einfach Yolo Pac-Man. Yolo Pac-Man? Oh, ich spiel Snack, Solid Snack. Nimm das Flugzeug, das ist sicher lustig. Nimm das Flugzeug, das ist sicher lustig. Das? Ja. Ich glaub, es hat das zwei Ebenen? Ja, ich glaub schon. Was eigentlich schwieriger machen würde für eine Samus, aber die ist ja jetzt gebarmt. Ja, wer weiß. Ja, da schauen wir nicht noch mal. Vor allem, wo ich dann auf einmal diesen Laser geschossen hab. Oh, wo bin ich? Weil der Pac-Man hat Bob-San, schwul. Was ist denn? Ich hoffe man hört in der Aufnahme das drücken die Knöpfe. Ja, hört man. So wie wir drücken, hört man das. Oh, 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 oh. Oh, ich bin da. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, ich hab's geschafft. Wie nehm ich das? Wie nehm ich das? Wie nehm ich das? Schasse. Wie nehm ich das? Ich hab ein Laser-Schwert. Nein, ich hab ein Laser-Schwert, verdammt. Was ist jetzt? Ich hab keine Ahnung, was ist jetzt? Ich glaub, die Peach hat Ulti. Wo? Wo bin ich? Achso, du wirst Ulti. Nein, 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 nein. Ich bin zu Glück, so. Ich hab keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Ich glaub, das ist Ulti. Oh, wer? Was? Was ist das gewesen? Das war Ganon, da. Oh, ja. Äh, Ganon, da. Ah, diese Eier zum Lebensdienst wieder herstellen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? 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 Wieso bin ich so klein? Au, 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 au! Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das? Will ich das wissen? Was? Was ist das? Was ist das? Was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nimm das! Nimm das! Nimm es! Nimm es! Nimm es! Hör auf! Nimm nichts! Nimm es! Ja! Scheiße! Was war das? Ich hab gedacht! War das nicht ein Polygon? Oder hab ich das falsch? Aber ich hab eh noch zwei Leben gehabt. Wer ist er überhaupt? T-Rux-Aktyl oder was? Ich glaub... Vielleicht ein Meter Glurak. Du noch einmal! Das ist so geil! Weil ich schau mal grad... Was war denn das jetzt? Ich hab keine Ahnung. Vielleicht ist das auch ein Pokémon? Nein, das war okay. Ich seh da nichts, was irgendwie so ausschaut. Vielleicht ist ein Ridley da. Ridley! Das kann sein! In einer anderen Form? Okay, das heißt, ich spiel jetzt am Film. Ich spiel jetzt noch ein Spiel. Ähm... ... 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 Jetzt ba-ba-bämm. Fox kann nicht rücken. Bäm! Hast du das gesehen? Ich versteh grad nicht mal, was Fox kann, außer das halt. Was ist das? Was ist das? Fuck the world! Wajda, bist du teppert? Was ist das? Was ist das? Fuck nuggets! Ich hab's schießen! Nein, nein, nein! Ich hab's schießen! Ich hab's schießen! Ich hab's schießen! Oh, Ficksschnitzel! Was ist das? Ich will das Schild! Ich will das Schild! Ich bin da unten! Ich bin da unten! Na, ich kann mit Fox nicht rücken! Also, was die so nehmen! Die nehmen kann ich mit ihm nicht... Und ich fall runter! Und bin tot! Das erste Mal! Also, Fox ist nicht cool! Nicht? Nur im Real Life! Oh, shit! Diese dumme Biatsch! Und da hast du jetzt überall was zum Essen! Echt? Und da kommt dann Prozent runter... Echt? Echt? Das war vorher so! Ohne Scheiß! Ja, ohne Scheiß! Ja voll! Oh, Scheiße! Die sollten wir nicht rein! Sehr schön! Boah, sehr geil! Fast um 70% weniger jetzt! Aber die Map ist Hammer! Die Detrice Map ist Hammer! Da hast du noch 3x gleich drin! Oh, da sind noch mal Dreiecks. Ah, das hast du, glaub ich, easy. Wow, wow! Skipp Mario Pizza! Boah, ich bin grad urhart unterwegs. Oh, fuck, fuck, fuck! Keine Ahnung, weil es bad Pikachu ist. Es gibt einen bad Pikachu. Ich hab keine Ahnung. Alimap hat wirklich was, also... Bier! Schau, mein Keecher! Yeah, gewonnen! Das war's mit dieser Folge von Super Smash Brothers Bro... Bro-Kate, Super Smash Brothers Bro-Kate. Bro-Kate. Bro-Kate, okay. Bro-Said. Bro-Said. Das passt, ja. Kapper. Die Cam-Renten! Der Boxmann in Forst nicht an... ...an...anschmulen. Das passt. Ich war's. Das nächste Mal mit Kautschuubs. Ciao, Mafar. Tschüh! Bis zum nächsten Mal.